Welches Level-Satz ist? Oh weh, oh weh. Oh weh. Und wie gefällt's dir mittlerweile Marvin? Na, eigentlich nicht so. Wo gehen wir eigentlich hin? Ja. F7. Was passiert eigentlich, wenn ich einfach gar nicht Leertaste drücke? Dann fliegst du am Schuss an. Bei den letzten Sekunden. Die Erfahrung musst du mal machen. Jetzt. Oh ne, da ist wieder ein Regenbogen. Oh im Bauch. Jetzt schon. Einfach springen. Ich hab zu. 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 Der muss wieder woanders sehen. Oh. Hier ist ein Gegner. Auf dem Dach. Oh, und die Reihen da. Wo ein Gegner ist auf dem Dach. F4. Wenn der jetzt Waffen hat. Ich bin dort. Oh, da ist eine Schatzkiste. Wuh. Oh Junge! Bitte! Ich habe schon wieder einen Busch gefunden. Nein, nein, nein. Fuck, der hat voll den Glehm. Der hat voll den Glehm. Hey, das ist nur Gegner. Das sind drei Gegners. Pass auf, oben ist noch einer. Pass auf, da. Darf das stehen? Gib den Musstaten. Wahnsinn, wir sind einfach voll vom Schuss. Nein, da kam noch mal einer von hinten. Da sprich ich da nicht hin. Dich lieber. Und die losten es in Ruhe. Und die losten es in Ruhe, warst du? Hm. Hm. Eigentlich hatte ich echt eine Waffe, und die waren halt da wieder minimum zu zweit. Ja man, Schilddrank. Boah, hier ist gleich mal wieder eine... Was bringt mir eigentlich diese... Boah, ich habe eine Armbrust. Wuuu. Ja, Armbrust ist viel OP, warst du? Das ist viel leise. Was bringt mir denn eigentlich wirklich diese scheiß Busch? Äh, du halt mal... Du mal eine Aktion. Achso, ich kann das Ding anziehen. Ah, okay. Dann bin ich also getarnt in den Busch. Wahrscheinlich. Geil, ich gehe in die Mitte vom Spielfeld und tarn mich als Busch für das Rest des Spiels. Aber die Zone spielt auch nicht immer mit, gell? Sag's dir noch. Ha? Die Zone spielt auch nicht immer mit. Und immer schön springen. Und ich habe nur mit 20 Minuten. Muss ich auch dran. Also der Zweiter. Dass ich auch nur Runden schön spielen kann. Ja, ein schönes Stummgewehr. Jetzt sind wir vor auf Angriff. Schauen wir, ob es kill schafft. Ich hätte fast den angekillt mit der Spitze. Das habe ich der Letzte geschafft, weil ich bin direkt neben einem gespawnt und dann habe ich ihn einfach von hinten draufgehauen mit der Spitzhacke. Hansi, hier ist noch ein Schild dran, wenn du brauchst. Ja, ich komm. Und auch noch einen Revolver, falls du brauchst. Ja, ich habe nur eine Waffe, bis wir es. Ja, Beweger. Oh, hier ist noch mal eine grüne. Ein ungewöhnliches Stummgewehr. Was ist eigentlich grün jetzt? Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ah, geil. Ganz safe. Wir haben ja da sofort gelandet, wo ich gelandet wäre, in diesem Haus davor. Dann hätten wir es auf jeden Fall geschafft. Aber nee, hier landet er wieder. Ja, mit der Ambrust. Dann, 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 dann. Boah, ich könnte jetzt so mehr Samper da machen. Wann sie, wir gehen mal in das Haus davor. Ich habe jetzt mit der Ambrust mal schon mal keine Gegner gesehen bisher. Okay. Ist gut. Ich könnte die Samper da machen. Oh, mal kurz. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Dann, dann. Dann schmiert er wieder mit. Ich bin ja da. Ja, das ist dann immer noch nicht. Ja, mit dem ist, bitte. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Doch! Doch! Komma! Geht das? Ja, einfach nur mit draufdrucken. Oh ja, stimmt. Oh, ging's nicht irgendwie. Ja, aber die Klan, die dünnen Klan. Minishields. Äh, okay, äh, bewegen wir uns Richtung See, oder? Äh, ich würd' sagen, oder? Ja. Warte mal, ich guck mal hier kurz in die Gegend, ob ich irgendwas sehe. Na, da ist nix. Ich sehe mich von der Weiden. Ist Standard-Skin. Ich glaub' mein Profi-Skin und verkack. Das heißt, Solo bin ich Beste, da bin ich immer unter die Top 5. Immer. Und mit 10 Kills. Arme schon. Arme. Ich muss halt sagen, ich hab's überhaupt nicht mit dem Bauen in dem Spiel. Äh, wiegt doch nix. Ich schon. Ich muss halt erstmal überleben. Achtung, ich hör' von links irgendwo irgendwelche Schüsse. Welche Einstellung hat, wieviel FPS hat's eigentlich? 60. 140. usc. Oh, aha, oh. Feinden oder abhauen? Feinden. Warte, ich guck mal ganz kurz, ob ich irgendwas sehen kann. die aber feinden weil immer so ein kürzungs- wenn die hessischen gucken ob wir hier so ganz wirklich irgendwie rum kämpfen die vorbeikommen ne ganz einfach ich sag zu sehr ich hab zu 200 leben also einer 200 leben also tatsächlich viel gut ausgerüstet also greift es einfach an ich sag's euch man es ist nichts zu treffen die gegner euch besser als wer ist sie also im arena das munikisten munikisten muni oh an sie das noch mal in der armbrust hier bei mir welche farbe blau voll armbrust gibt es in den selben episch liegen der beim 1 sag ich euch wenn ich nach der letzte überlebende bin ich verstecke mich in der mitte vom spiel im busch ich bin mal aufs dach hoch dann haben sie vielleicht können wir ja von hier oben ein bisschen runtersnipen mit den armbrusten mit dem busch musst du bis sieben sind also von dort mit dem punkt bis auf füllen also nicht genau auf dem punkt in der mitte weil ich ja genau da lustig ist ja da oben da oben da oben da oben da hat sie sich das um mir oben ein bisschen er hat auch genau aus uns das ist das war verkackt wo verkackt was trufft in der dritte Aktion wir haben sie haben wir sollten sich gar nicht viel haben sie gar nicht zu krass wir sollten auf jeden Fall ein bisschen weiter weg laufen weil wenn die einen richtigen Sniper haben dann sind sie richtig am Arsch ja weil hier ist langsam das Field of Feud ist halt klein aber dann wird er ne Minute ja das Feinden und Skalker unten überspüren noch besser uns Feinden tut es wow Achtung hinter uns Hans ist hinter uns hinter uns? ja ok kommen die Tischli? ich sehe jetzt gerade keinen mehr doch da oben da oben hinterm Baum da steht gleich einer jetzt hab jetzt zu mir jetzt zu mir jetzt zu mir ab ihn pass auf Hansi wenn sie noch mehr kommen ja ich hab ne Minigun aber ich hab keine Munizu jetzt hab ich das jetzt hab ich das jetzt hab ich das jetzt hab ich das weiter zu mir dann unten ist halt unten neben dir? ja da Hinter dem Felsen ist er Hansi Was den jetzt nicht erwischt Was den jetzt nicht erwischt Was den jetzt nicht erwischt Der hat Lenkenautos sind nicht weggerannt von da Dass er ja Zonenprobleme hat gekriegt Wer kriegt ja Zonenprobleme Hansi lauf mal in meine Richtung Weil der muss ja so oder so Irgendwann raus Junge Ah hab ihn Ah shit Irgendwas hat mich erwischt Irgendwer hat mich erwischt Shit Aber zwei kills in einer Runde Weißt du die kleinen Dinge das Leben Weißt du Und dann kommen so Leute wie Marvin Die halt einfach mal gleich verrecken Ich soll jetzt mal schwitzen Ich soll jetzt mal schwitzen Dann gehen wir unter die Top 10 Wenn sie es nicht verkackt sind Warte mal dann schwitze jetzt Dann schwitze jetzt selbst rein Ja das ist jetzt eh mein letztes Das macht echt kein Fun Ich will jetzt ein schwitze Ich will jetzt ein schwitze Skimmlein So Jetzt Legt's mir alle am Arsch Ich bin alle mal bereit Ups Ich bin alle mal bereit Elfer Da Ich bin alle mal bereit Vielen Dank.